Willkommen bei Profi-Schnappi hier im Show oben in Impfingen. Heute habe ich eine Tomi M Garnitur für Sie. Ein sogenannter Ledertest. Das heißt, diese Gruppe wurde nur gebaut, um zu checken, wie das Leder wirkt auf den Garnituren. Das ist das Modell Lulu, als große Ecke übertief. In Lederafrika Mokka mit Jeansnaht. Links 2,78 Meter, also diese Seite und rechts immer davorstehen, 2,28 Meter. Die Kissen sind nicht dabei, die habe ich drauf geworfen, um zu zeigen, wie gemütlich die Garnitur sein kann. Das Leder ist ein sehr robustes Leder. Ich denke, ein Wasserbüffel, Hydrophob, das habe ich ausprobiert, mit einer natürlichen Prägung und einer Prägeplatte, die das Ganze noch etwas kerniger wirken lässt. Das ist sehr angenehm im Griff und sehr, sehr pflegeleicht. Sie können hier richtig drauf leben, auf dieser Garnitur. Sie können sich da reinflacken. Sie haben Platz ohne Ende für zwei, drei Leute. Sie haben eine hohe Bequemlichkeit, nicht zu fest, mittelfest, aber auch nicht zu weich. Alles ist mit Leder bezogen, rundum. Sie können die Gruppe freistellen und sehr schön auch diese Jeansnähte. Dadurch wirkt die Garnitur richtig flott, hat etwas Besonderes. Der Kubismus, der strenge Kubismus wird aufgelöst. Wenn Sie was suchen mit viel Platz für eine Familie, in einem natürlich wirkenden, robusten Leder, empfehle ich Ihnen persönlich Lulu. Die Garnitur ist fabrikneu, Thomas Machalke hat nur mal drüber geschaut. Das Leder ist top, meines Erachtens. Hier wird die Gruppe geteilt und eingehängt zum Transport. Lulu habe ich einmal. Genau diese Garnitur steht diese Gruppe bald bei Ihnen. Ja, das wäre doch toll. Dann schnappen Sie zu oder kommen Sie nach Impfingen. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt.